Hallo, herzlich willkommen zum Tai Chi Golf. Hier zeige ich euch die 11. Bewegung. Der Hund schnüffelt durch den Park. Geht dazu nach rechts, tretet nach links, nehmt den rechten Fuß nach rechts vorne. Malt mit den Händen einen Kreis vor euch, der zum rechten Fuß endet. Dann mit der rechten Hand einen Kreis, mit der linken Hand einen Kreis und lasst ihn zum linken Fuß hinenden. Dann dreht ihr euch wieder nach rechts, dreht euch nach links, dreht euch weiter nach links und tretet nach hinten. Wiederholt diesen Ablauf nun eine Minute lang, bis der Gong ertönt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, mach eine Pause. Als nächstes verbinde nun die Bewegungen Sonnenaufgang beobachten, dann die zehnte Bewegung dem Himmel danken und die elfte neu hier gelernte Bewegung Hünd schnüffelt durch den Park. Musik Wiederhole diese drei Bewegungen in Verbindung für zwei Minuten lang, bis du den Gong hörst. Musik 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 Mache wieder 30 Sekunden Pause. Musik 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 As letztes wieder laufe die gesamte Form die du bislang gelernt hast von der Bewegung 1 bis zur Bewegung 11. Musik Super, das war die elfte Bewegung. Der Hund schnüffelt durch den Park. Ich hoffe, wir sehen uns zur zwölften Bewegung. Wenn du dies über YouTube siehst, dann lass mir doch ein Like da und abonniere den Kanal.